Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das beste Rezept, um fit und gesund zu bleiben, ist nach wie vor leicht zu kochen. Dabei helfen Ihnen die völlig neuartigen Kochtöpfe von Seradour, die Sie in dieser attraktiven Ausführung nur bei Coop bekommen. Mit den Seradour-Kochdöpfen kochen Sie ermährungsbewusst und energiesparend. Denn Seradour ist ein ultraleichtes und stabiles Material, das die Hitze durchdringen kann. So schonen Sie die Vitamine und die Mineralstoffe. Und Sie sparen Energie, weil Sie nämlich, sobald es anfängt zu kochen, schon aufs Eis zurückschalten können. Diese Seradour-Pfanne behalten Ihnen absolut das volle Aroma. Weil diese Klarsichtdeckel ganz gut abdichtet. Und so können Sie also das Kochen beobachten, ohne dass Sie die Pfanne abdecken müssen. Und wenn Sie Ihre Kochkunst in einer Seradour-Pfanne tiefkühlt haben, dann können Sie sie vom Tiefkühler direkt in den heissen Bachofen stellen. So. Dann, Seradour wieder steht den grössten Temperaturschocks und ist für Gas und elektrisch geeignet. Und erst noch spürmaschinenfest. Die qualitativ hochwertigen Seradour-Pfanne gibt es jetzt bei Coop zum speziellen Einführungspreis. Achtet Sie auf die Plakate an der Coop-Schaufeister. Und ich habe Ihnen noch einen guten Tipp für die Saubigkeit in der Küche. Die bewährten Küchereiniger der Qualitätsmarken Scotch-Sprite. Bei Coop gibt es jetzt besonders günstig den sanften Scotch-Sprite mit weissen Reinigungsseiten, der garantiert nicht kratzt und für Chrom und Teflon oder für die neuen leicht zu reinigen Seradour-Kochtöpfe ist. Oder der besonders kraftvolle Scotch-Sprite-Küchereiniger mit der grünen Reinigungsseite. Der entfernt auch hartnäckigen Schmutz im Null. Profitieren Sie morgen von den günstigen Scotch-Sprite-Angeboten in Ihrem Coop-Laden. So. Und jetzt danken wir Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Und gerne ins Coop-Center für die aktuellen Angebote. Guten Abend miteinander. Bis zum nächsten Dienstag gibt's beim Coop folgende Hit-Angebote. Sechs Sorten Knorr Quick Soup nach Wahl nur 1,15. Ein Triopack Knorr Aromat nur 2,15. Ein 500g Becher Coop Joghurt Natur nur 65 Rappen und mit Früchten nur 95 Rappen. Ein Beutel Zwiebel Pomme Chips nur 1,95. 500g Bonge und Margarine mit 10% Butter nur 2 Franken. Und 500g Bonge und Pflanzenmargarine für nur 1,90. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag. Ein Liter Coca-Cola statt 1,10 nur 75 Rappen. Ein Kilo Bananen für nur 1,50. Profitieren Sie morgen von den Angeboten in Ihrem Coop-Laden. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mittwoch um die gleiche Zeit. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.